Hallo werte Gäste, was diese Schweineschnäuzen und diese vier raufenden Wenzel mit unserer schönen Stadt Altenburg zu tun haben und welche berühmte Persönlichkeit in diesem Stadtpalais gewirkt hat, ja, das werden wir, Ihre Stadtführer, Ihnen gerne in einer unserer nächsten öffentlichen Stadtführungen erzählen, neben vielen, vielen spannenden Geschichten, rund um 1000 Jahre Stadtgeschichte. Seien Sie da auch dabei, kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.